Das lustige Instrument hier, das ist ein Saxonett. Wie es der Name schon sagt, das ist eine Mischform zwischen einer Klarinette und einem Saxophon. Der obere Teil, Mundstück komplett, ist wie bei der Klarinette, der unteren Griff, das ist dann wie beim Saxophon. Das eignet sich sehr gut als Einsteigerinstrument. Wenn man weiss, man möchte in Richtung Klarinette oder Sax, weiss aber noch nicht was genau, dann kann man das ausprobieren im ersten Jahr oder im ersten Halbjahr und nachher dann wechseln. Klingt das natürlich auch etwas speziell, ist halt eben eine Mischform.